Wir bieten Ihnen verschiedene Wohlfühlmomente rund um unser Haus an, wie Radtouren in der freien Natur, Bullitouren und allgemeine Oldtimer-Ausflüge. Besonders die Bullitour, die von meinem Vater geleitet wird, ist ein großes Erlebnis für unsere Gäste. Genussmomente in unserer Garten-Oase, Erlebnisse bei Body & Mind. Und nun können Sie Ihr persönliches Highlight unten aussuchen.